Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage einmal herzlich willkommen und danke für Ihr Interesse, dass Sie heute hier sind, im Landhaus hier in Graz, in der Steiermer Gemeiner Heimat und ich glaube, ich kann sagen, zu einem historischen Tag, nämlich zu einem Treffen der Verteidigungsminister der Westbalkanstaaten, die sich zum letzten Mal in dieser Form 2011 getroffen haben und wir heute hier die Möglichkeit haben, über sicherheitsrelevante Themen in einer guten Atmosphäre in der wunderschönen Steiermark sprechen zu können. Ich möchte nochmals festhalten, unsere Aufgabe als Ratspräsidentschaft ist, es zum einen Brücken zu bauen, aber auch ganz klare Signale auszusenden und zu sagen, wir müssen Sicherheit exportieren, um nicht Unsicherheit nach Österreich und nach Europa zu importieren. Aber wir arbeiten auch an einem strategischen Format, das bedeutet, dass die Europäische Union auch mit den Ländern des Westbalkan noch mehr auch in Kontakt treten kann, nach dem Motto, nicht über sie sprechen, sondern mit ihnen zu sprechen.